Ein schöner Kontrast für Sie, liebe Zuschauer. Sikkele-Macher, Ralf Kraschnikiewskis aus Aachen. Sie haben als Thema das Dschungelbuch gewählt. Und Ralf stellt, vielleicht erkennt man es, Balou den Bären dar. Und Ralf Kraschnikiewskis aus Aachen Und Ralf Kraschnikiewskis aus Aachen Und Ralf Kraschnikiewskis aus Aachen. 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 Und Ralf Kraschnikiewskis aus Aachen.